Und da sind wir wieder. Ja, du hast gemessert. Leck mich am Arsch mit deinem Messer. Da sind wir wieder mit BO2. Basti hat gemessert. Das Stichwort des Tages. Und das heißt, dass wir direkt die nächste Folge ranhängen. Mal wieder. Like ever. Wir spielen jetzt Stand-Off, habe ich gehört. Hab gemessert. Ja, hast du mich aber nicht gekriegt. Mein Mann, Mama. Oh, erst mal in meinem Team. Shit. Oder nicht? Oder wieder um ihr Dingst. Also wir beide dürfen nicht in einem Team sein. Da hat das Spiel irgendwie was dagegen, oder? Scheint hier so. Dann machen wir direkt weiter mit der QB6. Ich habe wieder vergessen, mir eine Uhr zu stellen. Warte, aber ich kann mal schnell auf mein... Warte, ich kann mal schnell auf mein Handy gucken. Wupp, wupp, wupp. In Kontaktdiengabe wurde erteilt. Ja, ich spiele jetzt wie ein Sniper. War ich gerade irgendwie voll aus Leidenschaft. Ja, die ganze Zeit schnieden. LOL. Krieg ich jetzt bei Ella. War schlecht, ist egal. Na, was die? War da gerade der Herr Sniper da oben im Fenster, oder what? Obwohl, nee, das ist einer aus meinem Team. Shit. Aber der hat doch keinen grünen Dings gehabt, also. Fuck off. Mal los, ich weiß ja, dass du da bist, zeig dich. Habt Granate. Auf die Beine. LOLL, hat der Wallhack oder so, Alter, wie der rumgesprungen hat und dann hat er mich geknett. LOLL, fuck. Der Juga Free, Alter, so eine Ratte, ne? Ne? Alter, der ist da, ne? LOLL. Der Junge, ne? Das ist der komische Typ mit dem LP im Namen. Fuck off. Alter, das kann aber nicht wahr sein, der Sugar Free ist die Sorte von OP. Was spielt denn der für eine Werfe? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt da steht, in der das Scheißbild. MSMC, oder what? Rappel dich wieder auf! Ich lade nach! Nach ewig lange hab ich ihn sogar getroffen, in S1. Mann! Ich krieg aber auch heute, glaub ich, nur Headshots in die Fresse, oder? Ich weiß, das hat gerade sehr viel Sinn ergeben, wenn man einen Headshot kriegt, den kriegt man ihn sowieso in die Fresse, aber... Rappel dich wieder! Naja, also, ist ja, ist ja nicht so, dass, äh, wir so, 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 so normal sind. Also, ist klar. Mann, Alter, was ist denn das für ein Hindi-Kuss, Alter? Hindi-Kuss, Alter? Ja, da läuft bei ihm. Ja, fick doch in deinen Rind, ich weiß. Noll. Was ist dieser Typ, ne? Hab einen erwischt! So ein kleiner Wichser. Fick doch in deinen Rind, ja. Okay, 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 jetzt kommt's. Zwei Premier-Waffen, so ein toller Wichser. Mann, lass ich den noch nicht treffe! Kann nicht wahr sein! Was? Ich hab' dir doch gemissert! Fuck! Juh, scheiß Maus. Scheiß Maus, siehst doch immer, immer scheiß aus, weil du bist ne scheiß Maus. Im Krebs steht deine Mutter raus. Erschütterungsgranate geworfen! Ist er weg, Manu. Nicht durch. Waffe leer! Sekunde! Leckerer, leckerer Gaumensch Maus. Uh, du scheiß Maus. Alter, willst du mich verraten? Boah, wie schlecht du beim ersten Mal geschossen hast. Ja, ich weiß! Hih, Nanu. Ah, an einem Okay XJadola! Hier, da kommt er. Bäm! Sir, lass. Neser... Neser... Neser Opfer. Was, du auch ne Sliver gehabt? Nein, ich hab mir kurz B gehabt. Leute, du bist also grad an mir vorbei hochgegangen. Wie jetzt an dir vorbei? Wenn meine S-Mine dich gekehlt hat. Maaan! Schützt kurz vor die Drohne, ey. BAM! Diesmal hab ich dich, du Fatze! Der ist erledigt! Ich glaub ich dich in die Fresse gewichsleitert. Oh ja, das ist Basti, wie er lebt und lebt. Und wichs. Komm los her, Mann, ich fick dich in die Fresse, Alter! Ich fick dich in die Fresse. Lalalalalala. Du fuck on the bitch. Ja, ist klar, wer das wichsleitert, ne? Ja, vielleicht hat er noch im Map gesehen, aber sonst unwahrscheinlich. Na gut, er hat ihn zwar ordentlich ge- oh shit. 6-11 läuft, 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 läuft. So, die ersten 6-7 Minuten sind ungefähr rum oder so. Also, jetzt kommt auf jeden Fall nochmal eins und danach wahrscheinlich nochmal zu Fall. RANDOM! 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 Vor allem wir sind in einem Team, ne wurde schon wieder gewechselt. Was ist das für ein geiles Suchaufschneider? Das ist so toll, das kann wasch der jöt. Ah, her, der Charme of my life. Type 25, nirgsamma. Geh mal, Sam. Ja, hast du richtig gesagt, Affe. Oh, B zu dem Boss läuft, ey. I fuck you, fuck. Yo, yo. BAM! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt hiechen, jetzt hiechen. Boom! Was? Was, diese Fotze, Alter? Was hat der für'n Arsch offen? Eine Mutter. Jetzt aber, jetzt aber. Boom! Und dann noch Hanna, du kleine Fotze! Basti, wie er lebt und lebt und liebt und stirbt. Ah, fuck. Leid nicht. Lug der Suizidfisch, Alter. Wat ein Name. Hab ich ihn wieder gekillt. Will die aber auch alle an dir vorbeilaufen oder was weiß ich wer das war. Ich glaub, das bist du, oder? Jop. Was? Ich glaub, hier weniger. Ich hab dich nicht gemessert gekriegt, fuck it. Ja, weil ich schneller geschossen habe, als du mich messern konntest. Ich hab schon angesetzt zu messern. Mit der Schroti. Mit der Schistel oder was? Mit der Schrotischistel, ja. Oh, da kam er, diese Fotze. Ja, schon ein kleines Bisschen. Immer feindliche Drohne nähert sich. Schön, dass ihr da beide nebeneinander saßt, neben dem Fenster. Easy. Game war das gerade. Die kleine Fotze, da immer noch viele? Wer fahr mal in der S-Mine rein. Natürlich nicht, Alter. Wieso sollte er auch? Eine Mutter ist kein Gaumenschmaus. Gaumenschmaus. Maus. Maus. Wo bist du denn jetzt? Was? Wo du bist. Da, wo du nicht bist. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem. Was? Ich hab schon abgedrückt. Scheiße, ey. Da war der wieder, ey. Ey, ich liefer mich mit dem Sohn. Oh, das war noch. Oh, das war ein Quickscope. Brotzi, komm. Boom. Held schon. Tja, nicht in der Aufnahme. Oh, nein. Was war denn? Ja, das war gesprayt. Lüft. Sprayer, Noob. Nein, I do. Ah. Zeitgesichte. I did. Time of my life. Ich war geflasht und konnte nicht mehr erzielen. Ist mir relativ egal, denn ich hab auch den anderen gekiss. Ich hab dich tatsächlich nicht gezielten. Abschluss. Ja, ich hab dich nicht geflasht oder gefick dich. Fick, gefick, oh yeah. Jetzt geh dich erhängen, denn das kann nur helfen, du altes Operkind. vor Ort die in der was für mich denn gerade erwischt ein anderer nicht ich bin mir gerade mit einem so ein sniper bett ist übelst witzig vor allem weil der andere davon nichts weiß deswegen das macht es ja so witzig Leute stecken ich steckte na los na los oh bett 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 ja komm ey ach ficken ey oh den hab ich gesucht let's fuck about the kickoff and start it from fuck round 2 is over again mit daxien ist es mehr schluss auf die wir hatten den hat mich nicht mehr geholfen in den oberen und dann hat er meine komplette dafür dass wir noch eine runde annehmen ist bei 16 minuten obwohl sich nie quatsch quatsch 14 oder so minuten und es ist ein bisschen das reicht nicht zu wenig nur noch eine eine er geht noch einige nach allen in das arschloch da passt noch einer rein ok ich baue nur mal kurz zu suchen auf meine waffe ruf top 24 aber wir haben das hier dann habe ich mit dem ding volle präzision volle präzision alter und auf m m m um da scheint so als würden wir in dem spiel um klar sagt man platzer aber guck mal wir wurden so gemufft jetzt ist wieder ausgemufft erst haben wir gegeneinander dann wurden wir zueinander und dann wieder gegeneinander verkehrt wie hart das game für sie ist ich glaub wir haben einmal zusammengespielt im ganzen Let's Play oder was auf einmal ja ist eigentlich relativ witzig gegeneinander zu spielen zum einen hat man so ein paar ich mein es ist wie ein Battlefield wo ich dich gemessert hab oh ja oh ja wir sind in front aber im Battlefield ist das ja nur noch ein bisschen seltener als hier so ich hab immer noch keinen Gegner gesehen den ersten wer den ich sehe der wird mich bestimmt direkt abschießen oder auch nicht oder auch nicht den schieße ich aber auch nicht schlecht ist einer gestorben okay ich finde es als würde er gemessert worden sein ja aber der wieder da liegt aber der wieder hier liegt das für das sterben ist kein Problem oh 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 der hat grad sein Messer geworfen nice jetzt muss ich jaaah Haftgranate geworfen da einer lol das muss ich mir jetzt angucken das Spielfeld ach so der saß da unten da komm oh willste machen sterben oh da kam was oh den hab ich mir geholt den hab ich sogar weggeschnippt den hab ich weggeschnippt schnipp 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 na komm los geh gucken na los ich weiß das wirst du jetzt komm schon dann halt nicht doch da hat er doch gekuckt fuck you ne dass ich ihn nicht getroffen hab fuck 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 oh fuck oh fuck nein ich treff den nicht scheiße jetzt lad doch nach ich lad nein wirklich ja endlich ich hab ihn gemessert Alter wir sind wirklich nur rumgerannt wie so der kacken Hubs ne ja das hab ich aber auch öfter mal in dem Spiel ist das besser ein Sprecher als in MW2 aber richtig äh lange hinterher äh what der mich an Knizscher gewischt auf meine Posi ich glaub du weißt gar nicht Alter am Arsch was ist los ich glaub du weißt gar nicht wo das ist oder die die drohne nähert sich nein sowieso nicht so sollte ich auch setze rauch ein das kann nicht wahr sein wie schnell der Wichser schießt ja vor allem auch direkt äh leck mich am Arsch der feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs kurz stuhl den Brot maaaah ne dann nimmt er die Schrotflinte ja feindliche Vorräte unterwegs Haftgrenate geworfen kurz stuhl den Brot oh ich konnte die dann umgehen ach so er ist anders rumlaufen oh fuck na 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 da 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 au 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 jetzt kann er mit der hate tabern okay okay jetzt wäre es richtig ins Bett der wusste genau dass ich da wieder hoch komme in Folge wäre interessant aus Bastis Sicht wahrscheinlich wieder zurück aber wir haben die Kontrolle verloren ja gibt es leider nicht Das Audi-Kommentar dazu ist immer noch schöner. Juhu, kleines Auto! Eine Ferndenkladung, Mama! Hast du es? Nee, wurde mir gerade in die Fresse gefahren. Ey, der wurf die ganze Zeit seinen Tomahawk, Alter. Find ich voll krass. Wie der immer seinen Tomahawk wirfte. Oh ne. Jetzt versuche ich mir das scheiß Geschütze auch wegzuholen. Mach so schnell, kann ich gar nicht mehr anvisieren. Waffe leer! Drohne nähert sich. Abgeschossen! Blendsgranate geworfen! Hast du es jetzt noch zu werfen? Haftgranate geworfen! Muss wir an den Punkt kommen. Blendsgranate! Wir haben die Kontrolle übernommen! Auf die Beine! Auf die Beine! Wir haben die Kontrolle übernommen! Bastian! Ja! Sehr gut, Basti! Ja! Wie wärs mit Muten? Könnt ihr helfen! So ne Idee! Ja! Danach ist der Schluss, ne? Dann ist ja gut. Wir haben die Kontrolle! Er ist erledigt! Shit, doch nicht. Schon unentschieden immer nach. Die Runde ist sehr ausgeglichen, muss man schon sagen. Gerade. Läuft so ein bisschen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich rappe dich wieder auf! Der Weg in die TK! Das Ziel ist fast erfüllt, nicht aufgeben! Erfütterungsgranate geworfen! Oh! Leergeschossen! Wir haben die Führung verloren! Was ist denn ein tolles Sniper-Duell? Ist langweilig geworden oder was? Der Sniper ist gerade nicht da! Der andere! Haftgranate geht raus! Hier ist eine Verkugel! Ah! Oh! Very knapp mal wieder! Mission gescheitert! Shit drauf! Das muss nächstes Mal besser laufen! Darf eine Dramatik selber abgeschossen! Bleib bei mir! Oh, toll! Scorpion of Gold, warum nicht? Läuft bei ihm! 8,15, naja, läuft nicht so! Astier 5,9! Und damit ist wieder eine Folge Call of Duty Black Ops 2 vorbei! Also jedenfalls eine Multiplayer-Folge! Und ja, wir haben jetzt die Zeit doch schön rumgekriegt! Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer! mit mir und mit Basti und mit diesem blöden Redenden Spasti! Ja! Bis dahin! Ciao! 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 Ciao!